Das Leben ist nun mal ein Wettrennen. Wer nicht schnell genug rennt, der wird einfach überholt. Wir waren alle auf dem College, um ein Diplom zu machen. Ohne Diplom keine Arbeit, ohne Arbeit keine Familie, kein Bankkredit, kein gesellschaftliches Ansehen. Ihm ging's nicht ums Diplom, sondern um die Freude am Lernen. Rencho Rancodas Shamaldas Chanchet. So eigen wie sein Name, so eigen war auch seine Denkweise. Wissen Sie überhaupt, wer wir sind? Und wenn Sie die Söhne des Premierministers wären? Ich werde Ihre Prüfungsbögen nicht mehr annehmen. Kennen Sie unsere Namen und Matrikelnummern? Nein. Ey, erkennt sie nicht? Los, schnell rein! Ja! Ich hätte mal eine Frage. Denkst du wirklich, dass die Nasen im Weg sind, wenn zwei sich küssen? Eines Tages werde ich spurlos verschwinden. Unsere Herzen haben zu viel Angst. Die sollten wir einfach mal austricksen. Ganz egal, was du für ein Problem hast, sag einfach, zu deinem Herzen reg dich bitte nicht auf. Alles wird gut, alles wird gut. Und damit ist das Problem gelöst. Nein, nein, aber dadurch wirst du viel mutiger. Willst du ihn mit dem Roller herzufahren? Wenn ich ihn, ähm, per Alppost schicken soll? Sieh dir deinen Vater an. Das Leben ist ein Wettrennen. Wer nicht schnell genug rennt, fliegt aus dem Nest und endet als Spiegelei. Das Leben ist ein Wettrennen. Das Leben ist ein Wettrennen. Das Leben ist ein Wettrennen. Das Leben ist ein Wettrennen.